Ready? One, two, three, four. Let's go, come on! Wer spielt ihr denn heute? Abelshofen Roughnecks. Wo sind denn die her? Abelshofen bei Kitzingen. Und wie sind die Chancen? Gut, wir gewinnen. Ihr gewinnt? Wir gewinnen, weiß ich nicht. Und wie sind die Lübik-Springer? Mit der Nummer 1, Daniel Franklin! Mit der Nummer 1, Daniel Franklin! Mit der Nummer 1, Geist ericia�� Mit der Nummer 1, Geist erนน. Über 79! Applaus 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 Ja, das war's. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist das, was ist das, was ist das? Applaus Und ich habe jetzt einen zweiten Chefcoach hier, zweiter Coach, gell, zweiter Coach, ja. Wie sind Sie mit dem Spiel so zufrieden jetzt mit dem Verlauf? Bis jetzt sind wir zufrieden. Wir müssen daran arbeiten. Wir haben ein paar Fehler gemacht, aber bis dahin ist es okay. Vielen Dank.